Moin Moins zusammen zu einer neuen Runde Ja, wie heißt der? Ach, Battle Chasers Ja, das letzte Mal sind wir hier zurückgekommen, haben dann auch die Uschi bekommen Ja, das heißt, erstmal ist hier Bestandsaufnahme, die nehmen wir auch gleich mal, das ist nämlich wenn man so will, unser DD, aber die hatte für 13 Artefakte verkaufen, was haben wir denn für Artefakte? Entschuldigung, mach mal den ganzen Kram hier weg Dann haben wir 24 davon Gehen wir hier ein Stück zurück Was haben wir denn da? Okay, das ist alles ein bisschen teuer Beutelschneiderpistolen Pistolen ist hier für Uschi Ja, ist für Uschi, die heißt jetzt übrigens bei uns Uschi, muss 15 sein, die ist 13 Das dauert nach Ewigkeiten 60 mehr Schaden Wenn wir Uschi mitnehmen, nehmen wir eh nicht mit Das ist Käse Wir werden Die müssen wir mitnehmen, 88 Schaden ist aber egal Äh Auch 15, ich meine das ist Level 15 Was haben wir denn da jetzt noch? Für sie Kann er alles nicht tragen, das ist ja alles hier Den nehmen wir nicht mit 20, 11 Bonusschaden nehmen wir auch nicht mit Aber Lass uns mal Äh, nichts für ungut Ziehen wir ab Ich muss erstmal hier was gucken Was ist denn hier beim I? Können wir da rein? Den können wir auch nicht, äh, nehmen Also müssen wir hier Die Gruppenmitglieder wählen So, du Gehst jetzt Und du kommst mit rein Ja, so jetzt müssen wir mal gucken Am Anfang, das ist ja immer das Blöde Jetzt, äh, geh mal weg da I Gruppe So, Uschi Du bist, äh, da müssen wir hin Was hat sie eigentlich für Talente? Verstorbenheit Vermindert die Entfernung Auf die Feinde die Gruppe entdecken Aber die Gruppe wägt sich auch langsamer Ladung 30 Taschendieb Steht Feinden vor der Roten Monika Gold und Objekte hebt Verstorbenheit nicht auf Naja, okay Ist jetzt nicht so Gut, da haben wir jetzt Äh, noch nicht so wirklich viel, ne Für sie Äh, das ist ein DD Das bedeutet Lebenskraft ist eigentlich Latte Willenskraft Angriff Ja gut Und hier Ja, weil die ist ja halt schon Was ist das eigentlich? Okay Die ist halt schon, äh Ne? Okay, jetzt fällt es mir nicht ein, ne Sagt schon 13 Ja, und wir haben diese Items halt noch nicht 1700 Ja, äh Und so ein Tank Okay, was ist denn jetzt hier eigentlich Angriffsstärke, Meisterschaft, äh Crit Dann Lass das mal gucken Was müssen wir denn hier skillen? Ich weiß es ja selbst nicht Steigert die Ausdauer? Ja, eigentlich nicht Erzeugt 5 Krasse Das ja, wenn ein Angriff vermieden wird Nö Steigert die Auswahlchance? Nicht schlecht Steigert den Bonus-Krit-Chance Nach dem Ausweichen? Ne, das ist alles mild Steigert die Angriffsstärke Um 3,75% Das ist nicht schlecht Verminderung der Erholungszeit Nach dem Wirken von Blitzreflexen Ja, aber da muss ich auch mal wissen Was es ist Äh, steigert die Auswahlchance? Na Steigert die Angriffsstärke um 5% Äh, machen wir das mal so, oder? Äh, jetzt will ich hier mal gucken Nein Krit Krit ist immer gut Steigert die Aus? Ne Äh, steigert den Schaden von Krit-Treffern um 11% Äh, beginnt die Start mit 20% Krit-Chance für die Erste Das nennt Verstorbenheit Verstorbenheit steigert jetzt auch Die Krit-Chance um 10% Für Aktion Ähm Da gibt es irgendwie Äh, Skill Verabschiedung Nein Höhere Chance auf Ne Ähm Ja, warum nicht das mal Ein Skill, dass die Äh Verschwunden ist Also, wie heißt das nochmal hier? Da, so Verstohlenheit So Wenn sie verstohlen ist, macht sie mit einem bestimmten Angriff Skill extremen Schaden Lass mal gucken Verminne bis zur nächsten Runde sämtlichen Elitischen Schaden um 40% Uninteressant Jetzt, äh Fügt einem Ziel 74 Schaden zu Und belegt das mit einem Giftblutungserreißenden Flammen Unterkühlt er keine kranker Betäubige ausgewählte Schwäche Erzeugt 10 Kraftreserve Äh, okay Dann Fügt 89 Schaden Gewinnt für 3 Runden Okay Dann haben wir hier Überfall Fügt dran Bei Verstohlenheit wird stattdessen Das ist es Ähm 20 Mana Ähm Fügt 324 Schaden zu Den kann man aber auch nochmal hier günstiger kriegen Irgendwie Ich weiß es jetzt nur nicht mehr genau Ähm Hier ist die Verstohlenheit Die kostet mir auch Er hat Verstohlenheit Versuche ich sie nicht mehr zählen einzul Man muss erst den wirken um den zu wirken Das sind 30 Mana Das ist auch nicht so Fügt allen Feinden 7 und mag ich schon ununterkühlt Stärke hat für 3 Runden die 1 um 35% Die Auswechung zum 10 Nicht schlecht Entfernt eine Schwächung Okay Fügt allen Feinden 3 und 5 mal zu Und entflammt sie durch Ja okay Das kann er auch So in der Art Fügt 100 Zellen zu Wenn der Konter aktiv ist Wird stattdessen 200 400 zu Und Okay Der Konter ablenkender Schuss Fügt 52 Schaden Denkt das nächste Angriff auf die Rote Munde Das ist gut wenn unser Tank fast platt ist Ähm Der kostet aber 20 Mana Finde ich jetzt nicht Was haben wir hier eigentlich alles Haben wir eigentlich auch so Wir müssen ja hier mal die Truhe öffnen Okay Magieabwehr Angriffsstärke Physische Abwehr und Ausdauer Magieabwehr Angriffsstärke Auch nicht schlecht Den können wir sowieso nicht nehmen Waffen Magieangriffsstärke Was ist das denn Okay Ähm Wir haben keine Heiltränke Ne Wo ist denn der Kerl Hier ist der Ja ja Äh Öl der Schmerzen Ne Was macht das Ding Fügt dem nächsten 15 zu Sonst nachher ein Schaden Ne Ähm Der ist ja nicht schlecht Haben wir nur eine kleine Flasche Ähm Haben wir eigentlich auch wieder Was Warte mal Was haben wir denn Gelegt Äh Hier Sauferei Ähm Wir haben hier Steinhard Ein Buch der großen Macht Gibt allen Helden Gibt Einem Allen So Flakon der Erneuerung Haben wir da Öl der Schmerzen Ähm Teufel Ein sehr beliebtes Zeit Der Kickstarter fest Steigert die Angriffsstärke In den nächsten paar Starten Um 40 Macht aber sehr müde Das ist sehr Ähm Wir müssen Wiederbelebung Hammer Ja Lass uns nochmal Flakon Bau Ähm Schwächen Na Ist das 20 Mal nachher Der ist auch nicht schlecht Den stellen wir jetzt mal her Achso Na komm So Aber Waren einzeln Was hast du Hast du irgendwas zu essen Gemäre Transmutation Enhält komplizierte Rezerturen Für die Fertigung Besonderer Flakons Wie solche Zur Erheilung Reinigung Der Gruppe Insgesamt Flakons Erheilung Verbestende Version Eine Ja komm Kaufen wir mal Kaufen wir mal So Hat uns hier Ein Discount Gegeben Äh Kleine Flasche Gib mir mal Zehn Stück So was haben wir hier Das ist uninteressant Hast du Du hast nichts zu essen Mist ey Ach Ihhh Dann tun wir mal Flakons Herstellen Erneuerung Die nächsten drei Runden Ja komm Mach mal Einen Das 79 Ist jetzt nicht so wirklich Für ein paar Angriffe Was heißt denn eigentlich Für ein paar Angriffe Ist egal Das können wir vielleicht Der Uschi Mal geben Okay Flakon der Wiederbelebung Ja lass Das mal machen Nichts will ungut Hau mal ab So jetzt müssen wir hier Das ist ja glaube ich Immer noch Katakomben Ich will aber Äh Hier Ja Reden wir Tötet mehr Redet weniger Okay Tötet mehr Wer von denen ist denn jetzt noch nicht groß genug Kann mir das mal einer verraten So Hier Tausend kostet die Ähm Da kann man später schmieden Und Ja Das ist alles hier Käse Das ist ja nichts wert Ähm Wir könnten den aber mal ausbauen Ihr da Ihr seht so aus Als könntet ihr etwas Kleingeld Was denn Achso Wenn ihr meine Schmiede ausbaut Verkauf ich euch die bessere Wangen Ja okay Die Schmiede beim Ausbau helfen Ja Danke Das werdet ihr nicht beruhigen Ja ist klar Wenn doch nur alle Die Schmiedekunst So wertschätzen würden Okay alles klar Kimball hat jetzt Rezeptoren höherer Stufe Und eine Chance Und gewöhnliche Ausrüstung Ja komm dann Äh Zeig nochmal her Was ist denn das hier eigentlich Das geht Die höchste Stufe ist glaube ich Für 5000 Äh Ein Rücken mit offensiven und offensiven Äh Haben die anderen nicht oder wie Ah hier Da haben wir jetzt mehr Bücher Okay Da haben wir hier die Krestade Brauchen wir jetzt noch nicht Äh okay Nicht so ungut Hauen wir ab So was war jetzt da noch Das war ja die alte Äh das ist der Ja gut Dann lass uns mal da reingehen Nach uns haben wir noch ein Quest Ne Ähm Ach die Kloaken Können wir die jetzt Wir gehen mal rein Wir gehen mal rein Haben wir glaube ich nicht Besiegt Weil der Heini da zu schwer war Ich weiß nicht ob wir immer noch Groß genug sind Äh immer noch Jetzt groß genug sind Von wegen Uschi Ja Tagebuch lesen Sanse ich begann mit anderen Beschreibt anscheinend seine Letzten Augenblicke Ach das ist immer dasselbe So Dann ab Runter Äh Gehen wir mal nach da Hier waren wir ja schon zigmal drin Haben wir diesen Heini da nicht platt machen können Aber ich glaube mit unserer Was denn Oh Da kommt her Flupp Oh zu früh ja Flupp Haha Zweimal gleich Und wie viel Zwei habe ich ja Oh die sind aber stoff Okay jetzt weiß ich Das geht glaube ich wieder Schlecht aus Äh die sind ja betäubt So Was ist denn das hier Ein Grafikfehler Oder wie Äh Stimmt da was nicht Ich muss nochmal gucken Vermindert die nächsten Ne Mit drei Runden Ausweichung Zu dreimal Kommunativ Ähm 98 Zerreißen Darauf Und das da Oder soll das was sein Was von der Decke tropft Ich weiß es ja jetzt nicht Alter wieso braucht Ihr so lang Ähm Was denn das hier Okay Hä Ähm Wo kriegst du das Und äh Die hat nur 10 Also komm Geh nochmal da drauf 90 Und Bluten Ey Nie auf ihn Er hat schon kein Spot mehr Ich glaube Es hackt Du Und Komm Kriegst du den Platz Mit 76 Ne Ja Weil da war das Bluten drauf So jetzt hier Äh Ähm Ich will es halt mal testen Was kostet es Äh Wenn man so will Kein Mana Aber die hat da Aus Oh Gott Ich sitze hier falsch Entschuldigung Oh okay Ich sitze falsch Entschuldigung Ähm Hau mal drauf Mit deinen Fäusten Oh fast Jawohl Hm Superkraft will ich nicht Aber wir können mal hier Eine Wundheilung Auf sie machen Bevor das hier Zu Ende geht Komm Komm Nimm den mal raus Nö Noch nicht Aber jetzt Äh Ist noch nicht so einfach Äh Ist noch nicht so einfach Ihr könnt ja gerne mal Jetzt hier so ein Also ich schätze Das Dass er hier noch Äh Ein Update Update Äh Ein höheren Rang bekommen wird Gehen wir hier lang Um XP zu kriegen Ja Damit er Stufe 11 wird Gritschanze Erhöht So Ähm Spot Und Akkines Geschoss Ich hab die jetzt nicht geheilt Weil Es kostet uns sonst Mana Ähm Ich will noch mal was gucken Äh Mach mal das wieder Hat aber nicht wirklich Gecrittet Ne Was hat sie hier eigentlich bekommen Ich steige die Auswahlchance Um 10% Ähm Das gefällt mir nicht Wir sollten das Ähm Vor dem Boss Oh Kring Das hat gecrittet Jetzt kann er wieder nicht heilen Ähm Mal schauen Sie Kann auf jeden Fall Keinen Level Aber er wahrscheinlich Okay Mal gucken So Seht die Schmiede Was Ich stoße Alchemisten Neben der Fläche liegt Nicht anfassen Okay Können wir nicht Haben wir wahrscheinlich Jedes Mal waren wir da Ähm Jetzt haben wir her So Uschi Ganz klar Mädel So Aufpassen soll ich nicht Das andere Wort benutzen Mit M Sonst kriege ich wieder Von Youtube hier Auf den Deckel So hier Das ist der Boss Äh Das ist natürlich Mist Was ist das für ein Geruch Ja 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 Komm Haben wir eigentlich Genug Alti Für unseren Ultimate Da Weiß ich jetzt gar nicht Wenn das jetzt wieder nicht gibt Das ist deshalb Weil die noch zu klein sind Der kriegt die nicht geheilt Jetzt komm schon her Weil der macht nämlich Einen extremen A Äh A Ne Einen extremen Hit Und die hat Weiß ich jetzt gar nicht Ich glaub zu wenig Ich glaub der macht knapp 600 Schaden Mit einem Hit Und die hat nur 500 Jetzt 500 irgendwas Was Na endlich Was dauert denn das so lange 514 Hier So und dann geht nämlich Die Heilung runter Äh Superkraft Erstmal du musst Verspotten Aber ich glaub der ist Jetzt gleich tot Äh Ähm Ich versuch's mal Ja So ist er verstohlen Hoffentlich macht er jetzt Keine AOE Dann fehlt das nämlich Nichts kommt Und nimmt aus dem Verstohlen raus Okay da Da seht ihr das So Ähm Nee Äh Heldentum Ähm Jetzt ist er dran Das ist gar nicht gut So Jetzt ist sie dran Jetzt macht's Nämlich hier Den da Ja Das wird Nämlich nichts Äh Hier genau Wegen dem da Da sind wir nämlich Noch viel zu klein Der hat noch nicht Die richtige Heilung Da dafür Äh Wit Hm Äh Gott Das ist Mist Ich würde schon von 100 Ich selber Zwei in 50 Ich meine Was soll man denn damit So was hatten die hier Für Superkraft Mäuscheln Zu und gibt Verstohlenheit Fügt zu und gibt Verstohlenheit So Dann ist sie wieder Verstohlen Aber das Die anderen Überleben das nicht Tod Tod Nee Nicht ganz Ja Die hatte das Schutzschild Gehabt Ähm Ähm Steinhaut Für drei Und Nee Komm Mach mal lieber Das Und Das Jetzt hat die Verstohlen Und Überfall Das war Klar Der Schaden Ist zu hoch Die muss mit Vollem HP Da reinkommen Wer ist denn dran Er ist dran Ähm Nee Eisland Ach nee Er war nicht dran Sie war dran Ach Mist Nicht blöd Ich hab dann öfter Spitz geguckt Sie war dran Okay Äh Zeug Mist Das war jetzt Das war ganz blöd Öl der Schmerzen Öl der Reinigung Nutzt nichts Wenn der jetzt Auf den geht Da ist es Deswegen Nützt das mit Dieser Wiederbelebung Gar nichts Komm Vielleicht Kriegen wir es Ja hin Gift bis Sechsmal Nach Nee Äh Das Überstehen wir Nicht Auch mit der Heilung Nicht Mist Das war's Versuch nochmal Den Vielleicht Kriegen Ja ja Tod Niederlage Okay Das war klar Die Wiederbelebung Die HP Nach der Wiederbelebung Sind für diesen Boss Zu niedrig Äh Was darf es sein Wie